So richtig Stärke will nicht aufkommen im Markt. Man hat zumindest mal nicht den Eindruck, dass der Markt sagt, oh, das war ein Versehen, das ist alles Panik gewesen, alles völlig fehl am Platz. Wir korrigieren das Ganze wieder. Das gibt es ja immer wieder mal, dass es eine schnelle Gegenreaktion gibt auf irgendetwas. Und das ist häufig ein gutes Zeichen, dass die erste Reaktion eben doch nicht ganz so relevant ist. Das haben wir aktuell allerdings nicht. Ihr seht immer noch eindrucksvoll diesen deutlichen Rücksetzer hier beim S&P Future riesig runter. Und ich habe hier noch mal die Zeichnung im 4-Stunden-Chart. Die ist noch von gestern. Da endet ihr euch noch dran vielleicht, dass ich gesagt habe, naja, das wäre jetzt eigentlich passend. Ihr seht schon, ich bin schon gar nicht davon ausgegangen, dass es eine steile Gegenbewegung gibt. Das war nicht vorrangig jetzt zumindest mal zu erwarten. Aber irgendeine Bewegung nach oben, der Markt lässt sich bitten offensichtlich. Also so richtig Begeisterung ist nicht da. Aber zumindest mal ein bisschen gutes Zeichen ist im 5-Minuten-Chart zu sehen. Denn die allerletzte Bewegung vom Tiefpunkt aus, mein Tipp ist immer, guckt immer, teilt die Bewegung so ein bisschen ein. Von da nach da ist ein Bewegungsarm und der ist scharf. Von da nach hier ist ein Bewegungsarm. Und jetzt guckt mal hier, wie der ist. Immer gucken, haben wir Gegenbewegungen, sind die vielfach überschneidend. Je häufiger, desto schwächer. Jetzt wegen der Länge hier, das hat ja eine Weile gedauert, nicht in Sorge geraten. Wir haben hier die Nachtzeit mit dabei. Theoretisch könnte man also ohne weiteres sagen, seit Schluss gestern Abend, Amerika-Nachmittag, bis heute früh, sagen wir mal, in Europa. Aber wenn man dieses Teilstück mal rausschnibbeln würde hier, wenn man sagt, ja gut, nachtschlafende Zeit, dann wäre das sozusagen die Bewegung im Anschluss. Und wenn ich jetzt beide Bausteine mal nehme, das, was wir hier haben und danach die Bewegung, die wir hier hatten, dann sieht das in etwa so aus. Aha, das kommt uns doch gleich wieder bekannt vor. Und dementsprechend haben wir eine echte Chance, dass wir vielleicht sogar den Nachmittag doch noch einen fröhlichen Ausgang bekommen. Nämlich, wenn der Markt sich jetzt irgendwann mal berappelt. Im Moment sieht man es noch nicht. Aber wenn er sich berappelt und das letzte Zwischenhoch hier durchstößt, dann wäre das gar nicht so schlecht. Weg von der Theorie, wieder hin zur Praxis. Schauen wir uns das mal an. Ein mögliches Zwischenhoch wäre dann eben genau diese Marke. Das ist ja das, was ich gerade gezeichnet habe. Und die Chance, die hoffnungsvolle Erwartungshaltung, sagen wir mal so, also durchaus von Hoffnung mitgeprägt, dass wir so etwas danach nochmal sehen, das halte ich nicht für abwegig. Vorsichtig, bitte, bitte, tut euch selber einen Gefallen, da nicht sagen, Mensch hier, das hat Rüdiger hier nach oben gezeichnet. Ach, da gehe ich doch hier rein, da warte ich doch nicht hier. Das ist schon eine wichtige Bestätigung, dass die Marktteilnehmer sagen, naja gut, jetzt ist abwärts halt doch nicht. Also wer jetzt dann einfach ins sogenannte feine Messer greift und sagt, naja, der Markt geht halt runter, aber ich finde das schick hier mit der gelben Linie, das ist total angenehm anzugucken, da kaufe ich doch jetzt schon mal, das wird bestimmt so passieren. Sehr gefährlich, wirklich sehr gefährlich, macht das nicht. Ja, ihr seid da häufig dem Trugschluss auf, lauert dem Trugschluss auf, dass das nicht die richtige Laufrichtung dann sein wird. Also lasst euch das bestätigen, ja, durch zum Beispiel diesen Bruch, die ganz Hardcore-Intraday-Händler könnten sogar Intraday nochmal gucken auf einer kleineren Ebene. Das Prinzip auf kleineren Ebenen zu gucken, könnt ihr auch natürlich in den größeren Charts machen. Ja, also wenn ihr zum Beispiel sagt, Mensch, jetzt wollen wir doch mal hier im Tagesschart irgendwie was machen, dann könnt ihr hier im kleineren Chart, also hier ist der Tagesschart, hier in den kleineren Charts gegebenenfalls gucken, ob ihr die entsprechenden Bewegungen bekommt. Ja, also das ist ein aus meiner Sicht wichtiger Tipp, also ist jetzt auch nichts Neues für die meisten, aber vielleicht als Erinnerung nochmal, wenn das nicht so doll zu erkennen ist auf eurer Lieblingshandelszeitebene, dann guckt eine Zeitebene kleiner oder ein bisschen kleiner, sodass ihr die mehr Details hier habt und dann daraus eventuell ablesen könnt, was die aktuelle oder die anstehende Bewegung ist. Also vorsichtig, das ist noch keine Ankündigung, das passiert jetzt ganz sicher. Ja, es würde mich aber nicht wundern, denn wir haben ja eh eine realistische Chance, dass der Kurs nach oben geht und dieses Verhaltensmuster, wie ich es gerade eingezeichnet habe, würde das durchaus befürworten. Dann wäre das hier ein möglicher Entry. Wie lange gilt die Idee? Ja, idealerweise ist das, ich möchte nicht, dass diese Rücksetzer zu groß sind. Da könnt ihr mal Fibonacci, ich mache es nochmal groß hier im 5-Minuten-Chart. Ist übrigens auch eine Übung für die im großen Chart, also zum Üben allemal. Wenn ihr sagt, das ist die starke Bewegungsrichtung, hier sind wir jetzt irgendwo in der Korrektur, ist ja die Frage, wie groß darf denn so eine Korrektur sein? Und größenmäßig, höhenmäßig merkt euch ganz grob diesen Bereich, 1,68, 32, äh, 32 vor allem, 38, 20. Das ist so ein klassischer Bereich, da sind wir gerade. Das darf auch tiefer, er darf auch höher, Problem ist dann nur, dann weiß man nicht, ist sie jetzt schon rum oder geht es noch tiefer? Ja, aber das ist so eine ganz gute Möglichkeit, hier so grob einzuschätzen, wie das ist. Also ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn er noch tiefer geht. Theoretisch ist es noch in Ordnung bis hier runter, bis zu dem Tief, was wir heute, nee, gestern natürlich, gestern Abend nochmal hatten bei 3.928. Nur dann müssen wir damit rechnen, die Wahrscheinlichkeiten für den Anstieg nehmen deutlich ab. Für uns ist das ungefähr diese Marke, das ist jetzt keine, ja, das ist die Marke, an der der Markt definitiv dreht. Aber wenn er bis dahin nicht gedreht hat, wenn er da durchgeht, dann ist mein bullisches Szenario erstmal nicht mehr so spannend. Das ist einfach aufgrund der Statistik, dass man sagen kann, das nimmt dann deutlich ab, die Chance, dass es noch nach oben geht. Sie ist nicht null, das kommt vor, das kommt auch regelmäßig vor, aber halt statistisch gesehen deutlich seltener und deshalb aus meiner Sicht ist das nicht ganz so relevant für den Handel. Das heißt, wenn er 3.939 durchstößt, ja, dann ist die Long-Idee, boah, weiß ich nicht, dann mal gucken. Dann würde ich mich eher freuen, wenn der Markt nochmal tiefer geht und danach sagt, machen wir doch nochmal einen neuen Versuch. Also quasi das gleiche wie hier, nochmal neu, aber dann von den Tieferen fände ich dann attraktiver, als hier dann noch irgendwie dann Long zu gehen. Wie gesagt, das ist eine statistische Frage, das könnt ihr so grob einschätzen. Also zu tief runter finde ich nicht gut, so dieses Mittelfeld ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen und Triggermarke ist hier, Mindestziele hier, wobei im Großen haben wir ja schon gesehen, haben wir eine realistische Chance auch, dass wir vielleicht sogar bis 4.030 gehen, 4.020, also das kann ich mir durchaus vorstellen als Korrektur, er muss es nicht ganz erreichen, aber in jedem Fall haben wir eine recht gute Chance, dass wir da die Aufwärtsseite spielen können, aber er muss diese Grundbedingungen, diese Startbedingungen hier, ja, die muss er erstmal erfüllen. Wenn er die nicht erfüllt, dann wird das ja nach oben sowieso doof. Ja, klar, das klingt logisch, wenn er nach unten wegbricht, wird es mit Long doof. Zumindest mal an dieser Stelle hier nicht mehr so sehr realistisch. So, jetzt habt ihr so eine grobe Idee, wie man so einen Trade aufbauen kann, wie das vielleicht heute Nachmittag ganz konkret aussieht. Stops wären dann unter diesen Tief- oder respektive die 78er Marke, vom dann Tiefpunkt bis zum Einstiegspunkt, also relativ gute Chance-Risiko-Verhältnisse und die brauchen wir auch, weil die Trefferquote auch mit diesem Handelsansatz bei weitem nicht bei 100% liegt, also auch nicht näherungsweise bei 100% liegt und deshalb ist es schön, wenn man mehr gewinnen kann, als man verliert. Also insofern merkt euch, dass im Hinterkopf Chance-Risiko-Verhältnis ist für diese Handelsansätze gut. Da sehen wir, Nasdaq ist ein bisschen anders unterwegs. Naja, ist er wirklich anders? Ja, guckt mal hier das und guckt mal, wie weit der runtergekommen ist. Der ist schon nicht mehr interessant, weil er ist zu tief hier runtergekommen. Das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Wenn dieser Punkt zu tief ist, ich zeichne es nochmal ein, Wenn der Punkt da drunter ist, also wir können es mal kurz durchspielen, machen wir mal ein Hörspiel draus, wenn er da, also diese Zwischenhochs reißt, super, Long ist eine Option. Jetzt ist er dahin, immer noch in Ordnung, Long ist eine Option. So, wenn er dahin geht, jetzt das Zwischenhoch, das nicht, also Zwischenhochs sind immer diese Punkte hier quasi, ja. Wenn er die reißt, alles gut. Jetzt bin ich draußen. Also, jetzt bin ich aus dem Gedanken draußen. Ich war ja noch nicht drin, ist ja noch nichts gerissen. Aber in diesem Moment ist für mich, ah, nee. Warum so tief? Wenn die doch so begeistert waren, angeblich, warum ist dann der Kurs hier unten? Ja, also das kann man sich immer merken. Nasdaq ist eh nicht so schön, denn diese Bewegung ist nicht vom Tief ausgehend. Das Tief war hier. Was ist denn das hier für eine Vorgeschichte? Also, irgendwie sieht das alles noch sehr korrektiv aus. Nasdaq kann ich mir sehr gut vorstellen. Noch einmal tiefer und danach hoch. Irgendwie sowas fände ich dann wieder gut. Meine Befürchtung, dass das auch beim S&P dann so ist, also dass der S&P sich auch nicht halten kann, sondern dass der ebenfalls früher oder später da nochmal durchschlägt. Die Befürchtung ist natürlich da. Die Grundidee bleibt aber die gleiche, sobald der Kurs dann eben dieses Muster aufgezeigt hat. Also ihr seht, so kann man, sagen wir mal, unnötige Fehltrades oder Fehlertrades oder negative Trades ist eigentlich das richtige Wort, vermeiden. Leider nicht komplett ausschließen, aber einen Teil kann man eben weglassen und machen wir uns nichts vor. Wenn ihr eure eigenen Trading-Erfolge anguckt, stellt euch vor, es gelingt euch einfach die letzten, die fünf blöde Trades wegzumachen oder 50, je nachdem wie viel ihr tradet. Also einen gewissen Anteil der doofen Trades wegzustreichen. Stellt ihr fest, naja, alleine wenn ich die doofen weniger häufig mache, habe ich möglicherweise schon Gewinn. Also alleine das kann schon enorm helfen, um zu sagen, ja, deshalb bin ich immer noch nicht der mit den goldenen Händen, der jeden Trade positiv macht, aber wenn es euch gelingt, einfach die negativen Trades deutlich zu reduzieren und reichen möglicherweise eure positiven Trades schon aus, um euch insgesamt eine positive Performance zu bescheren. Na gut, aber das nur so am Rande. Das grobe Bild ist beim Dow Jones das Gleiche. Das, denke ich, müssen wir nicht nochmal einzeln durchexerzieren. Die Marken könnt ihr euch relativ leicht messen und im Zweifelsfall guckt ihr einfach, naja, wenn er hier so kurz vor unten ist, dann raus, wenn ihr jetzt sagt, Fibonacci, das ist mir alles zu mühsam, dann halt nicht mehr die Long-Überlegung und die Einstiege sind hier möglicherweise und die Chance, Risiko könnte mit Zeigefinger, Daumen notfalls, die Länge nach da oben nochmal, als Mindestvoraussetzung ja sowieso. Was macht der DAX? Schauen wir uns den an. Ja, das wäre Wunschbild, wenn er hier wackerlich hochgegangen wäre oder mit Zwischendynamiken. Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht so der richtige Burner. Also das hier, nur dass man mal sieht, das hier ist kein schöner Anstieg. Warum nicht? Weil das ein Dreiweller ist, mehr oder weniger. Aber selbst hier, wer jetzt gesagt hätte, naja, aber ich bin da jetzt Long gegangen, er hat zwar nicht 1 zu 1 das Ziel gesehen, aber wer jetzt hier Long gegangen ist, hatte zumindest mal die Chance hier, den Gewinn einigermaßen abzusichern. Solange der Kurs läuft, ist alles gut und sobald ich Schub runter, wackelig hoch habe, weiß ich, ja, ist ja sowieso die Short-Richtung. Ja, also insofern, selbst in diesem Fall hatte man mit dieser Methode die Möglichkeit, na, ein kleines Plus. Ich sage einmal, Döner, Teller, Trade, für mehr wird es nicht gereicht haben, aber zumindest mal hat man die Chance, damit eher vorläufig auf der richtigen Seite zu liegen, bis dann die Gegenseite scharf beziehungsweise anschließend wackelig läuft. Spätestens dann wissen wir wieder, ah ja, okay, die haben wieder gedreht, weil, ne, so in der Richtung. Also im Moment, weil der S&P und der Dow sind noch die, die am schönsten aussehen, die anderen sprechen, eigentlich die Sprache nochmal ein neues Tief zu machen. Das neue Tief, finde ich aber, zumindest birgt eine Chance für einen Dreh. Und jetzt an alle da draußen, die sagen, ja, dann gehe ich doch jetzt schon rein, nee, 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 ich habe es gerade gesagt, lasst euch das bestätigen. Wenn er wirklich dreht, hat man genügend Chancen, da noch einzusteigen. Versucht nicht so sehr blindlings hier einfach long zu gehen. Wenn ihr das macht, wenn ihr es doch macht, wenn ihr sagt, mir ist mir egal, was du da sagst, ich mache das trotzdem, na gut, aber dann macht auch mit relativ engen Stopps. Und das ist genau das Problem. Häufig haben wir ein Über- oder Unterschießen. Ihr seht das, hier hatten wir die Tiefs und dann hat er hier unterschossen. Soll ich also enge Stopps? Naja, da habe ich dauernd ausgestoppt. Also mache ich sie weiter weg. Aber die Trefferquote ist nicht so hoch. Weiter weg Stopp, dann lohnt es sich wieder nicht. Oder mache ich den Stopp eng. Dann habe ich einen Riesenwumms, wenn es in die richtige Richtung geht. Aber ich werde halt dauernd ausgestoppt, weil er dann doch noch mal leicht, wie in diesem Fall hier, unterschießt. Das gibt es natürlich nach oben auch mit leichtem Überschießen. Also sowas passiert ja regelmäßig. Deshalb mein Credo wartet, dass er es bestätigt, wartet, dass er die Gegenseite schwach zeichnet und dann wüsst, es ist vorrangig noch mal eine Fortsetzung. Wenn ihr eine starke Seite habt, eine schwache Seite, ist vorrangig noch mal die Fortsetzung. Ob die euch jedes Mal ins Ziel bringen mit Gewinnmitnahme oder nicht, das ist noch mal eine andere Geschichte. Aber dann habt ihr die Chance, auf dem Weg dahin, in den Stopp-Richtung Einstieg zu ziehen und könnt sagen, okay, vielleicht mache ich keinen Gewinn mehr, aber ich habe wenig Druck, noch große Risiken aushalten zu müssen. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schicke Kombination. So, schick finde ich es auch, wenn wir jetzt gemeinsam auf den Markt gucken. Naja, jeder im Zweifelsfall einzeln oder vielleicht natürlich auch mit mir zusammen live, wenn ihr mit dabei seid sowieso. Ansonsten euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Liebe Grüße und viel Erfolg natürlich. Liebe Grüße